Vor kurzem habe ich die magische Grenze von 10 Jahren gewerblichen Onlinehandel durchbrochen und das ist für mich und jeden Selbstständigen ein großer Meilenstein. In diesem Video erfährst du, wie die Idee zum Onlinehandel überhaupt entstanden ist, auch zeige ich dir meine ersten Schritte von der Gewerbeanmeldung über die ersten Produkte und Umsätze, aber auch Hürden wie die ersten Abmahnungen, die ich überstehen musste. Du erfährst, welche Marktplätze sich in der Zeit gelohnt haben und welche Erfahrungen ich mit Steuerberatern und einer Finanzamtprüfung erleben musste. Es wird ein sehr spannendes Video, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei, viel Spaß. Ja Freunde, die 10 Jahre Grenze ist nun durchbrochen und das ist für mich ein sehr großer Meilenstein und wo ich sehr viel Erfahrung sammeln konnte, die ich mit euch teilen möchte. Aber auch du kannst gerne deine Erfahrung teilen, auch wenn du noch nicht 10 Jahre gewerblich tätig bist, vielleicht bist du es aber auch, dann gerne die Kommentarfunktion nutzen, teile gerne mit uns deine Erfahrung, was du lernen konntest, was andere daraus lernen können, aber auch Fragen kannst du gerne stellen, um gegebenenfalls Fehler zu vermeiden. Gerne die Kommentarfunktion dazu nutzen, ich würde mich sehr darüber freuen. Falls du auch neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen, wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen, Amazon und Ebay und alles rund um E-Commerce, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Ja, lass uns mal beginnen und zwar habe ich gesagt, es ging los mit einer Idee. Im Grunde genommen fing es viel früher an, wie jeder von euch vielleicht irgendwo einen Nebenjob hat und Geld verdienen möchte, einfach nebenbei, vielleicht schon neben der Schule oder der Ausbildung, noch zusätzlich sich was verdient. Der weiß, dass es viele Nebenjobs gibt. Ich habe auch angefangen mit Zeitung austragen, ich habe im Getränkemarkt gearbeitet und verschiedene Minijobs gemacht, wo ich zusätzlich Geld verdienen konnte, auch schon neben der Schule. Aber als ich 18 Jahre alt wurde, konnte ich mich bei Ebay registrieren, um hier Produkte anzubieten. In erster Linie habe ich natürlich privat verkauft. Ich habe alles, was ich in meinem Kinderzimmer gefunden habe, habe ich online gestellt und als Auktion oder Festpreisangebot bei Ebay angeboten. Und das hat gut funktioniert und ich habe da für mich ein Interesse entdeckt und einen großen Spaß, Produkte einfach weiter zu verkaufen. Ich konnte meine alten Playstation-Spiele verkaufen. Irgendwelches Spielzeug, was ich überhaupt nicht mehr gebraucht habe, habe ich hier so verkaufen können und mir zusätzlich noch was verdient. Als ich dann mein Kinderzimmer leer verkauft habe, habe ich dann gedacht, ja, es funktioniert ganz gut. Wo bekomme ich jetzt günstig Produkte und kann diese gewinnbringend weiterverkaufen? Und natürlich war da in erster Linie die ganzen China-Seiten, China-Großhandelsseiten. AliExpress gab es damals, glaube ich, noch nicht. Da gab es andere China-Seiten, wo ich dann Produkte gekauft habe und diese weiterverkauft habe. Und das noch immer privat tatsächlich. Und da kam der springende Punkt, wo ich meine erste Abmahnung kassiert habe. Ich habe nämlich gewisse Produkte verkauft, wo ich dann darauf abgemahnt worden bin, weil ich keine Widerrufsbelehrung oder kein Widerrufsrecht anbiete. Und in dem Umfang, in dem ich es verkauft habe, war das natürlich gewerblich treibend und das hat die Konkurrenz gesehen und hat mich abgemahnt. Meine erste Abmahnung waren etwa 750 oder 720 Euro, die ich bezahlen musste. Also alles, was ich verdient habe, musste ich quasi wieder abgeben an Abmahnung. Ich war damals noch nicht im Händlerbund oder irgendwie anders vertreten. Ich hatte zwar einen Rechtsschutz und habe mich da ein bisschen beraten lassen, habe das Geld dann bezahlt und gut war es. Ich habe erkannt für mich, dass ich hier gewerblich mich registrieren musste, um hier nicht auf die Schnauze zu fallen, so gut gesagt. Und das empfehle ich euch auch. Ich weiß, viele verkaufen auch privat, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ihr müsst da wirklich vorsichtig sein. Auf lang oder kurz werdet ihr von irgendjemandem abgemahnt und müsst viel Geld dafür bezahlen, teilweise mehr, als ihr überhaupt verdient habt. Deswegen lohnt sich die Gewerbeanmeldung, um hier auf der sicheren Seite zu sein. Ich habe viele Videos auf diesem Kanal dazu veröffentlicht, um euch das Ganze zu zeigen, wie das funktioniert. Falls du sehen möchtest, wie du eine Gewerbeanmeldung machst, schaust dir gerne hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung an. Allgemein zu diesem Video werde ich alle Informationen unten in der Videobox oder Videobeschreibung packen, sodass du es nachlesen kannst und dich informieren kannst. So, schauen wir uns mal meine erste Gewerbeanmeldung an. Und zwar sieht diese folgendermaßen aus. Ihr seht es hier, ich habe hier ein paar persönliche Daten natürlich entfernt, hier in dem roten Kreis. Dann, wichtig ist auch, dass ihr hier bei der Gewerbeanmeldung, bei der Tätigkeit speziell alle Dinge angebt, die ihr in eurem Gewerbe ausführen möchtet. In meinem Fall habe ich damals Onlinehandel mit Modeaccessoires, Bekleidung, Haushaltsartikel und Handyzubehör angegeben. Und das waren tatsächlich auch die Produkte, die ich in der Zeit verkauft habe, habe mir nichts dabei gedacht und habe das so angegeben. Ihr seht bei Nummer 17 hier, Datum des Beginns der angemeldeten Tätigkeit war der 1.6.2014. Also, wo ich das Video jetzt mache, genau vor 10 Jahren ist das Ganze gestartet worden von mir. Aber am 23.05.2014 habe ich die Gewerbeanmeldung angemeldet und ihr seht es hier ganz unten, links vom Stempel, die Gebühr dafür waren 16 Euro. Du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was die Gewerbeanmeldung jetzt circa kostet. Da siehst du, dass das eventuell auch teurer geworden ist, aber immer noch so, dass man das verkraften kann. Es werden 20 bis 30 Euro sein und deshalb ist das überhaupt kein Problem. Nun hatte ich meine Gewerbeanmeldung im Sack und konnte nun mich voll ausbreiten und ausleben. Ich war extrem motiviert und das ist, was ihr auch braucht zu Anfang. Es ist nicht so, dass ihr es schafft, so extrem erfolgreich zu werden und 10 Jahre zu überstehen im gewerblichen Onlinehandel, wenn ihr einfach nur denkt, ja, ich probiere es mal, dies, das. Ihr müsst fest überzeugt sein, dass ihr das wollt. Egal, ob es gut oder schlecht läuft, ihr müsst durchhalten. Wie gesagt, ich habe meine erste Abmahnung bekommen, da war ich noch gar nicht gewerblich tätig. Und das wird vielleicht den einen oder anderen auch von euch betroffen haben. Aber dann ist wichtig, nicht aufzugeben, sondern zu sagen, ja, was muss ich denn machen? Ich muss mich gewerblich melden und alles rechtens ablaufen lassen und dann kann mir nichts passieren. Und das habe ich auch in dem Falle gemacht. Und ich zeige euch meine ersten Statistiken. Und zwar, meine ersten Umsätze habt ihr hier einmal. Und ihr seht hier, im Monat 6 habe ich das Ganze angefangen. Ich habe sieben Produkte verkauft und da hatte ich einen Umsatz für den Monat von 29,64 Euro. Und es ist Umsatz, es ist nicht der Gewinn. Ich zeige euch gleich nochmal den Gewinn. Aber ihr könnt es hier sehen, das Ding ist exponentiell nach oben gegangen. Im zweiten Monat hatte ich schon 88 Euro, im dritten 157 und so weiter und so fort. Hier bis zu 676 Euro im November war das, habe ich hier erwirtschaften können und einen Umsatz gehabt. So, gucken wir uns einmal den Gewinn zum Umsatz an. Und ihr seht es hier, ein Umsatz für das halbe Jahr, also sieben Monate genau gesagt, hatte ich von 1902,34 Euro und davon ein Gewinn von 1066,29 Euro. Es sieht sehr, sehr viel aus, tatsächlich. Es wird nicht bei jedem so aussehen. Warum? Weil ich einfach auch private Produkte dann einfach verkauft habe. Weil ich schon gewerblich gemeldet war, habe ich da gar nicht mehr große Unterschieden. Was vielleicht nicht klug ist. Man sollte immer noch private Dinge von den gewerblichen Dingen unterscheiden. Aber ich dachte, ich bin jetzt schon mal hier auf die Nase gefallen und möchte es nicht nochmal. Und dann habe ich auch private Dinge weiterhin übers Gewerbe verkauft. Aber dennoch ein Umsatz von 1902 Euro und ein Gewinn von 1066 war nicht viel. Ich wusste tatsächlich, dass ich hier gar nicht so viel Steuern drauf zahlen müsste. Zumal ich hier noch ein Kleingewerbe gemeldet habe. So, schauen wir uns mal an, wie das Ganze schon im Jahr 2015 aussah. Also im Folgejahr hatte ich bereits einen Umsatz fürs ganze Jahr jetzt von über 55.000 Euro. Und da hatte ich knapp 10.000 Euro Gewinn, was sehr, sehr gut war. Und da habe ich natürlich meine Motivation bekommen, es immer weiter durchzuziehen und immer weiter zu machen. Und was ich bis heute tue tatsächlich, ihr seht es, ich bin hier aktiv auf diesem Kanal. Ich zeige euch mittlerweile, wie ihr genauso Online-Handel betreiben könnt und online verkaufen könnt. Mittlerweile habe ich monatlich über 100.000 Euro Umsatz und habe somit pro Jahr über eine Million Umsatz. Und auch dir kann ich dir das nur ans Herz legen, wenn du möchtest, dass du selbstständig sein willst und einfach für dich dein eigener Chef sein möchtest. Dann solltest du das einfach so anfangen. Du hast gesehen, ich habe vor 10 Jahren die kleinsten Umsätze von monatlich 29 Euro gehabt, habe mich aber da reingesteigert. So, gucken wir uns mal die Produkte an. Du fragst dich sicherlich, was habe ich für Produkte verkauft, dass ich zu solchen Umsätzen gekommen bin. Und angefangen habe ich natürlich mit Kleinigkeiten, um wenig Probleme zu bekommen. Ich habe Technik gemieden, ich habe komplizierte Produkte gemieden, große Produkte gemieden, wo man Probleme mit bekommen könnte. Weil, wenn du gewerblich tätig bist, musst du natürlich auch mit Retouren und Reklamationen, Garantiefällen und so weiter rechnen. Deshalb versuche, Produkte dir auszuwählen, die wirklich nicht fehleranfällig sind, die einfach und ganz unkompliziert sind. Und in meinem Falle habe ich tatsächlich, weil ich im Sommer angefangen habe zu verkaufen, Sonnenbrillen verkauft. Sonnenbrillen aus China importiert, verschiedenfarbige, verschiedene Modelle, die teilweise unter einem Euro in China kosten. Die importierst du hier und verkaufst sie für einen 10er, für 15 und mehr, kommt auf das Modell an, hier auf Ebay und anderen Marktplätzen weiter. Aber auch Armbänder, also Modeaccessoires, Armbänder, Schmuck, verschiedene Ketten, Halsketten und so weiter habe ich verkauft. Ich habe damals tatsächlich sogar noch so einen Großposten von einem Schmuckhändler gekauft. Das war Modeschmuck, wo ich ein bisschen über 1000 Euro für bezahlt habe. Da waren ganz, ganz viele Kartons mit über 10.000 Teilen, wie er mir gesagt hat. Ich habe sie nie nachgezählt tatsächlich. Ich habe es ihnen einfach geglaubt. Ich habe gesehen, es war sehr viel und teilweise auch gleiche Produkte. Die waren alle etikettiert, also mit einem Etikett versehen, wo originale Preise draufstanden und habe natürlich dann etwas reduziert. Und habe natürlich so viel verkauft. Es war sehr viel Arbeit, denn diese Produkte musste man alle fotografieren, alle abmessen und so weiter gut beschreiben. Was ich ja auch hier in den vielen Videos zu Produkte inserieren, euch zeige. Auch hier kannst du dir gerne ein Video unten in der Videobeschreibung dazu anschauen. Aber auch Handyhüllen, Glasschutzfolie für Handys und so habe ich auch verkauft. Das sind einfache Produkte, die gut gingen. Mittlerweile ist das Internet davon natürlich überfüllt und es ist schwierig, da eine Position zu bekommen auf dem Markt. Aber damals ging es und es funktionierte. Welche Marktplätze habe ich für mich genutzt? Wie ich dir schon am Anfang des Videos erwähnt habe, habe ich natürlich mit Ebay angefangen, weil ich da auch privat verkauft habe. Habe ich diesen Account dann irgendwann aufs Gewerbliche umgeschwenkt und habe dann mit dem Account weiter gewerblich verkauft und tue das bis heute. Und es funktioniert sehr gut. Ich habe lange Zeit auf Ebay verkauft, bis ich dann 2019, also dann gut fünf Jahre später, mich auf Amazon positioniert habe. Und mittlerweile bin ich auch auf Otto vertreten. In der Zwischenzeit hatte ich auch auf hud.de verkauft. Rakuten war ein sehr guter Marktplatz, der gut lief, der jetzt aber leider eingestellt wurde. Und einige andere kleine wie Check24, die auch funktionieren. Wie gesagt, ich habe dazu viele Videos gemacht. Schaust dir gerne unten in der Videobeschreibung an. Da erfährst du, welche Marktplätze wirklich gut laufen. Und dazu habe ich auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen gemacht, wie auch du dir da alles aufbauen kannst. So, meine erste Abmahnung, habe ich schon angesprochen, war noch vor dem Gewerbe. Danach folgten tatsächlich auch noch weitere Abmahnungen, wo ich schon gewerblich tätig war. Darüber habe ich auch in einigen Videos gesprochen. Das waren teilweise 250 Euro mal, weil irgendwas im Impressum falsch angegeben wurde. Und das sind Sachen, die dir nicht passieren, wenn du im Händlerbund bist und da die Rechtstexte dir voll und ganz formulieren kannst, generieren kannst, die dann für dich konkret abgestimmt sind. Und da gibt der Händlerbund sogar eine Garantie, wenn du die Rechtstexte aktuell hältst mit deren Vorlagen, dann bekommst du auch in dem Falle eigentlich keine Abmahnung. Schaust dir gerne an. Ich habe dazu ein Video oben in der Infobox, auch unten in der Videobeschreibung. Mein ersten Online-Shop habe ich 2016 dann gegründet, schon bereits zwei Jahre danach. Ich habe für mich erkannt, dass es sich lohnt, auch einen eigenen Online-Shop zu haben, zumal man diesen mit den Marktplätzen verbinden kann. Ich habe dir ein Tool dazu, auch eine ausführliche Videoserie gemacht, und zwar Magnalista, wie du es auch für Shopware nutzen kannst, aber auch für andere Online-Shop-Systeme, um hier die Marktplätze gesamt zu verbinden und dennoch auch einen eigenen, separaten Online-Shop zu haben, um hier auch eine Position mit eigenen Kunden zu etablieren. Schaust dir gerne an und seitdem bin ich, wie gesagt, auch mit meinem Online-Shop vertreten und auf den Marktplätzen sowohl auch. Meine Erfahrung zu Steuerberatern. Ich habe natürlich einen Steuerberater gebraucht und ich habe tatsächlich auch schon direkt von Anfang an einen Steuerberater mir angeschafft, weil ich diese Aufgabe einfach abgeben wollte. Ich habe natürlich gewissermaßen verstanden, wie ich Buchführungen zu führen habe, wobei ich am Anfang die ersten zwei Jahre sowieso nur die Einnahmeüberschussrechnung gemacht habe, aber auch die wollte ich nicht unbedingt machen. Das war mir alles zu kompliziert und ich wollte mich voll und ganz auf den Verkauf konzentrieren. Was auch wichtig ist, wirklich, weil die steuerlichen Aspekte sind natürlich auch wichtig und müssen verstanden werden, wie du im Unternehmen agierst, weil der Steuerberater macht nur die Buchhaltung. Er gibt dir keine Tipps, wie du weniger Steuern zahlen kannst und Steuern vermeiden kannst, effektiv gesagt. Er macht einfach die Buchhaltung, was du ihm vorlegst und alles andere steht in deiner Kraft. Und das ist wichtig zu verstehen. Ich habe dazu auch schon mal Videos gemacht, wie du steuerlich dich besser positionieren kannst, welche Dinge du beachten solltest, um hier nicht so viel Steuern zahlen zu müssen. Aber nochmal zurück zu den Steuerberatungen. Und zwar wähl für dich einen Steuerberater, der dir nicht das Blaue vom Himmel verspricht. Das bedeutet, wenn dir ein Steuerberater sagt, mit mir wirst du sehr viel Steuern sparen, ich werde dir helfen, wie du quasi gar keine Steuern zahlen könntest, dann bitte, bitte halte dich von solchen Steuerberatern fern. Denn diese ziehen die Steuer vielleicht noch ein bisschen nach hinten, aber am Ende wirst du sogar noch drauf zahlen müssen. Wie es in meinem Fall auch war, mittlerweile habe ich eine Kapitalgesellschaft, die ich führe. Ich habe einen Angestellten, der für mich mitarbeitet und hier mir viel Arbeit abnimmt. Und ich kann mich hier auf andere Dinge, wie auch diesen YouTube-Kanal konzentrieren und euch meine Erfahrung teilen und euch hier an den Online-Handel führen, wo ihr vielleicht auch in die Selbstständigkeit kommen könnt oder zumindest das Ganze nebengewerblich tätigen könnt. Mein Fazit zu meinen 10 Jahren Online-Handeln ist folgendermaßen, ich würde es immer wieder machen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich konnte so aus dem Arbeitsverhältnis raus in die komplette Selbstständigkeit und kann meinen Tag heute gestalten, wie ich möchte. Arbeite für mich selbst, bin täglich motiviert, auch nach 10 Jahren noch, auch wenn es manchmal an der Motivation hapert. Dennoch ist man da so tief drin und man weiß, man tut es für sich und hat dabei auch noch Spaß und kann den Tag einteilen. Du bist einfach dein eigener Chef. Deshalb lass mich wissen, wie du das Ganze siehst. Bist du schon komplett selbstständig oder machst das nebengewerblich? Planst du das Ganze nebenberuflich zu belassen oder denkst du dir, dass du auch gerne komplett selbstständig sein möchtest? Mich würde es freuen, deine Erfahrung hier auch zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls dir das Video irgendwie geholfen hat und motivierend war, zu sehen, wie so 10 Jahre im Nachhinein ablaufen können, dann freue ich mich, wenn du mir dazu einen Daumen nach oben gibst, aber natürlich auch den Kanal abonnieren für weitere Videos. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video auch dabei bist. Viel Erfolg weiterhin und viel Spaß. Ciao.